So, leise sein. Hier kommt bestimmt ne Wache. Da vorne. Jetzt haben wir allerdings auch keine Rauchbomben mehr über, ne? Das ist... Korrekt, Steffen. Korrekt. Wie komm ich denn jetzt an der vorbei, hm? Ah. Was ist denn los? Psch, 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 psch. Psch, 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 psch. So viele sind's nicht, aber die sind schon echt fies. Well. Fuck. Das nenne ich Mist? Liebes Spiel, wie komm ich da jetzt hin? Moment, Idee. Ich brauch dich mal. Jawoll. Zum Glück geht das ja hier. Die Verließe des Inquisators oder sowas. Gut, jetzt müssen wir den Scheiß natürlich alles ohne Rauchbomben schaffen. Ich guck mal kurz, bevor ich da in das Loch krabbel, was hier noch ist. Das sieht mir so... Nee, Moment. Hä, da hätte ich ja abkürzen können. Hätte ich ja abkürzen können. Boah, ey. Warum sagten mir das keiner? Naja, egal. Wäre ein möglicher Weg gewesen. Zwischenwege, go ahead. Wenn wir den Hatch öffnen, können wir direkt unter den Outer Wallen schlafen. Öffne den Weg in die Katakomben. Mit dramatischer Musik, bitte. Boah, ist auch schon schwer jetzt hier, ne? Aber krieg ich den von hier? Krieg ich den? Nee, natürlich nicht. So, wenn er sich umdreht und der Laser... So, jetzt. Rein damit dir... Dich krieg ich auch so. Richtige Richtung. Und rein da? Nee. Schon da rein, ne? So. Boah, ich möchte, dass das klappt. Diese Trophäe da. Und da muss ich mal gucken, wie ich den jetzt... Von oben. Renn, renn, renn! Hä? Jetzt geh doch nach oben! Halt dich doch fest, du Honk! So. Nee, bringt mir gar nichts von oben, ne? Es sei denn, ich kann... Wahrscheinlich aber eher nicht, oder? Nee. Dachte ich mir. Ach, scheiße. Jetzt muss ich das alles nochmal neu machen. Ach, liebes Spiel. Das ist arschig. So, und runter. Runter! Bevor ich den jetzt verstecke, nehme ich erst den hier mit. So viele Wachen sind es nicht mehr. Ach, jetzt geh doch auch da rein, wenn ich dir das sag, Mensch. Quatsch. Mal ganz kurz gucken. Nee, Quatsch. Hier wollte ich gucken. Mit Y. Bringt mir da oben irgendwas. Achso, die kann ich auch ausschalten. Warte mal. Aber leider reicht mein Instinkt nicht weit genug, um zu sehen, wie ich das ausschalten kann. So, jetzt muss ich... Oh, fuck! Boah, das war jetzt dramatisch. Ähm. Boah, da hab ich ja kaum Zeit. Boah, das ist ja ganz schnell. Da geht ja ganz schnell die Puste aus. Sack da hoch. Sack da runter. Ähm. Nein! Boah, leckt mich doch. Ha! Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Heiliger! Ah, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das schaffen? Der, der Controller vibriert ja dabei noch so. Und das hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ah! Jei, 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 jei. So, jetzt ist nur die Frage. Wie schaff ich das? Oh, Gott. Das schaff ich doch niemals da lang. Nein! 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 Ich darf ich doch niemals da lang. Gott, 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 Gott. Kriegt halt... Ach, scheiße. Ich krieg die Leben da oben abgezogen, ne? Tee. Mensch, Junge! Ja, ich weiß nicht, warum da... Naja, egal. Okay, jetzt habe ich das übersprungen. Wie geplant. Das war natürlich geplant. Ich habe keine Lebe mehr. Die bricht ab. Gott! Was, 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 wo speicherst du denn? Böses Spiel. So, ich will... Eigentlich will ich nur hier... Kann ich denn nach unten? Auch nicht. Heißt, ich muss hier irgendwie lang kommen. Blöd, nur ohne Rauchbomben geht das schlecht. Ah, so, das wollte ich doch die ganze Zeit. So, schnell. Erstmal den Instinkt benutzen. Der schaltet... Ach du Scheiße, was weiß ich denn, was der ausschaltet. So. Wird schon klappen. Danke. Hätten mich jetzt auch gewundert, wenn der irgendwas anderes noch gemacht hätte. Das ist aber nicht geräuschlos, ne, Jungs. Äh, Mädchen. Äh, Dings. So, ich... Heißt ja nicht, dass ich nicht entdeckt werden darf, ne? Wow, Double Kill. Also nicht Kill, sondern... Oh, hoch, hoch, hoch. Ja, du hast mich gelostet. Oh, wo ist er? Okay, warte, wir sterben. Ne, die Mission möchte ich auf jeden Fall hinkriegen. Tötet mich! Ich bin bereit dafür. Ja, jetzt schieß auch. Danke. So. Das muss man mir natürlich auch sagen. Das ist natürlich doof. Okay. Warum ist die Musik nicht so dramatisch wie sonst? Moment, waren es nicht drei? Wo ist er? Tja, wo bin ich, hä? Wo bin ich? Da ist der andere. Ist die Mission denn noch erfüllbar? Jawohl. Wir müssen nur geräuschlos töten. Nur geräuschlos töten. Nur geräuschlos töten. Oh, fuck. Jetzt trennt euch doch mal, ihr Honks. So ist gut, so ist gut, so ist gut. So ist schlecht, ne? Das ist nichts mehr so gut. Ja, das ist schon wieder auch nicht mehr gut. Ach, Jungs, seid ihr denn, wie seid ihr denn ausgebildet worden? Wisst ihr denn nicht, dass wenn Ninja in der Nähe ist, man sich immer trennen müsste, sollte? Was? Hey, hey, hey! Also nochmal den ganzen Scheiß, da freuen wir uns doch. Oh, well, fuck. Moment, Luft holen. Das ist richtig, ich bin das. Ja, kommt, tötet mich mal. Das war jetzt unschön gelöst. Und noch einmal das Ganze. Wir freuen uns hier wirklich. Das ist richtig spannend, was wir hier erfüllen. Ach, immer, dass der auch immer hier diesen, diesen einen Sprung da nicht hinkriegt, ne? Das ist... Hey! Deswegen ist das da auch abgebröckelt vorhin, weil der John schon einfach ist, ne? Wenn man dann da hoch kann. Das wäre zum Einfach. Ja, ihr habt den gelöstet, weiß ich jetzt mittlerweile auch schon. Ja, moved mal on. Das ist eine gute Idee. So, genau, genau. Oh, fuck. Ja. Nach unten. Boah, der ist noch, der... Oh, geil. So, und der steht nämlich mit dem Rücken zu uns. Dann haben wir das. Dann haben wir ja das. Dann haben wir ja das. Nein! Nein! Junge, 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 Junge. Dich krieg ich. Dich krieg ich so. Oh, lecker, Fanzikopf. Das war jetzt aber ganz schön knapp. Nein, das war jetzt schon, das war jetzt schon herrlich knapp. So. Jetzt können wir da oben lang. Ist das richtig? Jawohl. Wir können hier nach unten uns das hier mal einsammeln. Äh, was bringt... Achso. Achso, ja. Hm. Nee, war... Wusste ich. Wusste ich auch schon vorher. Äh. Ah, danke. Das war das Level. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das gut ist. Äh. Also, X heißt ja wohl anscheinend, wir haben die getötet. Heißt, auch wenn's rot ist, scheint das gut zu sein. So. Unentdeckt-Bonus. Ja, weiß ich nicht. Was ist denn? Warum das denn? Wir sind doch unentdeckt gewesen. Praktisch. Oder nicht? Oder sind wir nur an drei Leuten unentdeckt vorbeigegangen, ohne die zu töten? Äh, ich mein abgelenkt. Also unentdeckt ja anscheinend gar nicht. Ich versteh diese Punktevergabe noch nicht so ganz. Und ich versteh auch nicht, ob wir jetzt wirklich Leute töten sollen, oder eben nicht. Ne, ob das jetzt das Ziel ist des Spiels, dass man wirklich die tötet, oder möglichst versucht, nicht zu töten. Ich weiß es nicht. Naja. So, jetzt haben wir wieder 50 Minuten gespielt. Das ist das Krasse an dem Spiel. Äh, ich weiß nicht genau, wie viele Level es gibt, aber anscheinend einige. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Also jedes Level dauert ungefähr 50 Minuten, beziehungsweise eine Stunde. Was da wirklich schon echt für so ein Level ganz schön enorm krass viel ist. Aber ich bin gespannt. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn wir dann da dieses Level machen. Und bis dahin sag ich mal, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. ...